es ist er hatte gerade neun folge er mit zwei mädchen die lehre der wettbewerb und deine mutter nun nur die jahre um heiko und die muss aber das stammt hallo um heiko zu all den scheißen halbwander die schnaufe schön Du willst mich jetzt eigentlich verarschen, du willst reichen? Ich bin gerade ausgelaufen! Du bist ausgelaufen? Dann ist die Strikers genauso nie gelaufen! Nicht? Woher weißt du, dass ich die hab? Die guckt dir zu! Hab ich schon abkratzt! Das hättest du sagen sollen! Ich auch Autosniper! Oh, Janis! Halbauto! Ja! Ja! Auf dieser Autosniper steht bei Autos kannst du! Nun, du kannst dich gedrückt halten! 12-Karte gedrückt halten! Ne, bei der Zweike nicht! Natürlich! Ihr habt ihr auch! Gäste benutzt! Na, das hat die Gäste! Ich täusch mich gerade aber! Ich täusch mich nie also! Boah! Boah! So, halt! Wichtig! Wichtig! Hä? Wo warst du, Juli? Der Manus! Du bist da hingekommen! Dann fahr' ich auf einmal! ga'ай! Du bist da hingekommen! Da wirst du da hingekommen? alter nie das soll gut und spielst mein Wort das ist damit gut dann ist es jetzt dein Ernst für zwei guten Anführungszeichen neun Schock was alle Wettbewerb der auf die Neymar doch klar Wettelmann bei den oder auf dieser oder war das gehört wo wurde als eine zweite Orang auf den Weg Neu-Juli, das war als echt asozial, ganz ehrlich. Tut mir leid. Oh, du bist geasscht, Juli. Lol. Ey, du hattest den automatischen Shotgun. Was war das denn? Das ist der, 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 das ist der. Oh man, warum muss ich das, derartig? Mensch, was? Ja, komm, auf geht's. Anstrengend, dann würde da was. Wir müssen mal einen Schuss mit der Phammerz hier richtig ausprobieren. Achso, ich war hinter dir. Jetzt mal ohne Spaß, wo bist du immer? Ich seh dich nicht mal. Was? Ah, ich seh dich nicht mal, ich weiß. Okay, die Kameras ist recht mit. Ah, ja, es ist so ein Hacker, ja. Ey, das rechts ist der nicht. Ich sag, ich sag du nicht, wo du, wo ich bin. Ja, war ich nicht her. Na, nochmal rechts. Aber, Alter, ich seh dich nicht, weil das ist voll krass, Alter. Passt schon mal, wo weißt du? Ich geh da hin und ich, ich krieg nicht mal, ich krieg nicht mal einen gescheitigen. Wir haben gesehen, ich wohl, Alter, ich hab den voll übersehen. Ich hab nur ganz leicht gesehen. Ja, deswegen hab ich gedacht, das ist nichts, aber... Liegst du da immer? Hm, vielleicht? Ja, okay, gut. Nächste Mal merke ich mir. Ich hab dich echt nicht gesehen, Mann. Ich war einfach plötzlich instant tot. Oh, mein Heter da. Alter, ist das ein Ernst, Alter, hier spielen? Nein, 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 das kann nicht sein, Alter. Warte mal was. Alter, Juli, du regst dich jetzt echt langsam auf, Mann. Jau! Oh, komm, Mann. Nee, guckst dir an. Da bin ich etwas erschrocken. Oh, du hast den Tag zu Oh, du hast two, three Schuss reichen, du bist Leute. Richtig, du brauchst grad dezent. Oh, hey. das Wort hat uns an ein Buch und was der Heilbräufe von der Heilbräufe ein Schwerp-Gall und ich glaube ich habe noch ein Kielbogen jetzt schon der Schmerz-Kollektion ganz leichter also ich habe kein gesehen das ist unfair Prozent auf jeden Fall Headshot auf jeden Fall. Nein, wie du mit deiner Barrette One-Hitverteid hast. Start eiskalt Feuerkraft und das Perk mit Vollmantel, glaube ich, heißt das. Also, als ob was sein Pesser. Boah, scheinlich. Spinenter, ja, na, vergesst es nicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich, passt auch auf. Versuch jedenfalls. Das sind alle dumm. Einer stirbt da, erst mit der andere hin. Davon mal ganz abgesehen. Oh, er war auf den Kopf drauf. Alter, ich gehe aus dem Zoom raus, wieso? Rechts in der Ecke. Rechts in der Ecke. Ja, klar, Junge. Das ist wie es geht. Aber nur Lizenz. Aber es ist ein sehr ausgeglichenes Match. Ähm, ja. Ähm, bro. Halt dieses Gas so scheiße, na, ey. Weil, die Sündige, die abgeben. Jetzt nehm ich meine Waffe. Oh, hab ich ja schon. Das weiß ich schon. Also, das ist eigentlich immer. Ja, ich wollte mich da durch, weil da werde ich jedes Mal gesniped. Ja, ich hab gerade einen Kopf lang dran sehen. Ja, deswegen hab ich schnell umgedreht. Na, Heiko? Alter, ich schwör. Irgendwann, irgendwann. Neee! Warum stört der nicht? Es geht einfach nicht, wenn wir in verschiedenen Teams spielen. Bin ich immer so schlecht? Ja, ich motivier dich, wenn wir in ein Team sind. Wo ist Yuli? Er ist, ähm, bei B. In diesem kleinen Drakon. Ey, es ist unglaublich! Direkt draußen, das trifft einfach kein Schuss. Och meine Fresse. egal er war er hier er hat dann ein Satz aus was soll denn die Wörter bis jetzt er hat die Wörter und Stürzen sehen was macht er denn Fertig unter und Jüzi geht jetzt wieder aus Prozent die Aktion nicht weiter um was ist los mit dir als er die dezenter Eskalation hier drin es sei was ich dass die Map voll scheiße ist du bist hier grad dezent Brüttemberg die Waffe Töte zu schnell da kann man nicht mehr ja alles klar genau so und ich hab da einfach nur die durch die Sprache ich das ist es Lack getroffen um an so schließlich das ordentlich aber mit Ako Euro der Erdbeckung gilt und ich ja das dann legt mich doch an an neben mir leid dass der Kompromiss hat nicht gesehen da ist in Mainz waren und ich weiß nicht wo der Spaß ist und ich hätte gern im Städtel bis der Städte das ist ich komme rechtlich aufs Spielklammern auch so wie den Karten mit von Heiko ja nein Heiko so laufen ja gell ja guck doch mal Heiko ist nicht schlecht aus deinem Team da kommt der Anzeige mit abgeschossen ich bin für das schlechteste mit Abstand da kommt sich rum du bist ne ne Juli ist so gut was war das schon wieder? Wer schießt hier? stopp in dem Aufwärter zu schießen es war ein Verlangenes wenn du es stürzt und er was getroffen die um und morgen das vermute macht einfach nix um die Schilder-Port und der lag rechts und ganz schön natürlich du schluss du hast dich benutzen gell Heliport das hat er zu spät gesagt es sehen ja ja du wirst sterben jetzt nicht mehr da haben wir nicht gesagt da darf man nicht hin was Heliport? und da Heliport? unter Medi-Bombe das heißt ich muss sagen die war ein bisschen scheiß platziert okay der war doch im Stück Sturm der was ich mache ich jetzt wieder so wissen auch wo ich die alle weg so auch du bist du behindert du verletzt in der Poses durchsuchen er hat grad ne oder? scheiße er hat auf jeden Fall den C4 hat auch immer kaputt gemacht ach nö das darauf habe ich mich grad verlassen deswegen ist das nicht immer es explodiert die kaputt mit der Blendgranate ernsthaft? nein mit der normalen die ähm mit der ähm mit der Planung weil die Saison nur so gestätigt geschädigt werden dass die überlastet also so so krass beansprucht werden dass die überlastet sind also mit der Plangranate geht sich voll genau mit ein gut zu wissen ich und so glücklich schon wieder meine Prosi hä ich hab doch die Klasse von Juli gestohlen ACH einer ah lol lol oh ernsthaft heute nicht Juni heute nicht wo war denn der bitte? rechts gehen ins Haus rein, gehen ins Haus rein oben nicht unten am Eingang und die werden jetzt wahrscheinlich b-blenden den Jani ja ja es ist ja 1 gegen 2 Jonas verbotener Spot der geht unten durch WilliPort und verbotener Spot du saß nicht schon drauf Jonas aber da liegt der da liegt der da Dänny nimmst du Lauf? ja 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 das ist das ist ja das ist ja 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 das ist eine bei der Team-Mate das ist so wie die vorhin ja 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 ich hab noch nicht mehr den Park freigescheiden damit es sich damit mich nicht 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 so gut ja was schon konnte man mit uns und sagt sich sehen wie du ein ja geht dort ab hast doch und ich habe wohlgekommen musste mir um mitten in Lauf reinlaufen alles noch kaputt ja dann schießen wir nicht da laufen das wäre noch geil dies jetzt nicht jetzt darfst du schießen beide Böseite beide Böseite beide ja in einer Schmitte okay ich brauche wieder mal eine andere Wache ja die 3er Schussfolge geht gar nicht Janis warte mal habe ich das gerade richtig gehört du bist ein Vollidor wenn da vorrät ist und dann nimm ich nur die sich äh wo ist der der ist irgendwo bei den Büros bei dem Bürokästchen hinter dir hinter dir Mann da der Fahrer nein dachte er messert mich jetzt ich hab geschossen ich hab geschossen ein 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 boah er hat sich weiter schossen für dich wird dort gewesen so jetzt wird das her okay oh Gott hör auf zu schießen nein das war knapp haha Gott war das knapp Verbündete Harriere kommt ah Frank ist sehr gut tun mir nix als offen als offen mit Möpschen eigentlich los der Asch pariert der Asch pariert der Asch pariert irgendwie Brain of Car äh ich finde noch gar nicht das erste das erste was alles gut Mitte 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 Heliport Heliport Oben oder unten unten der war nicht drauf der war unter ähm ja mal wie dürfen wir jetzt da hoch oder nicht nach dem Schiff nein darf man nicht dann muss man da weißt du ich wusste erst das ganz hart der es hart vielleicht unten ich war da weg ich war da weg k weiter juli auf der abschüsse nach ich war nun kannst du nicht mal pink vorteil kann man mal wo gut hatten aber auch so nicht Eiko er war so auch starb aus und kommst du nicht Prozent und warum für die Spinnung standen an das auch über den Berufsport ich schwöre wie schnell ich grad tot bin dass ich in der Kamera reagiert und das ist nicht so gewesen er wurde man kann es nicht lol treuern und wir können sie gut nicht schießen nicht schießen ich komme in Frieden nein da war ich zu spät einer hinten Helipotter unten raus auf Volt auf Volt und dann ist es nicht sein ich meine Töte dich die ganze Zeit wer hat sich schon wieder RTL Poploch schütteln nur die Reaktion wenn es das ist er auf die Bombe gezielt die sich die nicht zweitens kommst du da hinhalte er geht es ja später ihr müsst einfach da wo die Kräfte das war knapp er war einfach und ich zeigte es dir beide zwei Jahre oh Gott ich bin das erste Mal nicht von der Predator gestorben nein ok ok jetzt ist irgendwas voll der Pexer macht er hat es auch auch noch nicht gemäßt märz sie endlich wer ist sie ein jetzt noch ohne Spaß das heißt das ist die Bedeutung auch ich schieße schieße ja, ich wollte den Kill puuu gottes Willen schießt er mir das Fenster kaputt, wenn ich drinstehe Kausi kann ein und auch wieder auf die Oberfläche auf die auf die Stiftung auch das war auch der Siedler Trennungen ein ein aber heute ist es nicht das war die Vorräte äh, Munition achso, dass er hat diese Perfekt, die da einfach nur steht, man Perfekt Einfach perfekt Die ist nicht vollautomatisch Die ist vollautomatisch Nein Ja, das ist einzig Schuss Das ist semi-automatisch Ja, aber nicht automatisch Halbautomatisch nennt man das Juli halbautomatisch ist wenn du jede Patrone einzeln nachladen musst Nein Ganz sicher nicht halbautomatisch Das ist nicht halbautomatisch Ich hab schon wieder gemästert Schuss 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 Der hat irgendwo ein Geschütz auf dem Weg Mann wenn ich da hoch geh alter und von uns und nur noch mal kurz und noch mal kurz vor Ort ich hab mich nicht wenn ich jetzt sterben das ist mit rohlich das muss sein er hat immer wieder gerne auch schon um um was noch etwas ich glaube in der Zeitung was wir sagen ich habe mich schon davor getötet nicht mehr als das gehört hat was man nicht das gehört ich habe es auch zu tun auf der Branche und aufgrund des Wortes machen ich habe den Dienstag auch wenn die ist ausgeflogen ein bisschen doch auch ja mann hext du ja natürlich schädet wurde niedrige Leute ist ja alle Zuschauer unser Passwort naja gehört dazu ich hab keinen Bock mehr da ich bitte aufhören nein ach ich hab das nicht alleine also so wie soll das mit der Waffe Alter guck mal wie für Punkt die ich jetzt hab Null Junge ich war erster fast Judy ein Gold 100 Punkte hätten gewählt ja ne doch ja ne ne oh da da ja Bombe wir haben Bombe der ist hinten noch bei dem Sporn what the fuck ran 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 dahin ran dahin nein warum ja weil du nicht triffst du von den Fernseher du Kitte nie trifft davon doch das ist die Idee der hatte ich gell das das graftig in der St das wir haben nicht das ist das weiteres die gesetzungs die des die 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 scheiß wie viele lebende noch ja geht es ist weil ich jeder war für kräftig das ist wenn man nicht k der ist unter dir ich hab nicht gemacht es ist ein guter nicht es ist ein nächstes Jahr erschrocken kaum auf dem Tafel auf der Ferne hast du was noch näher hast du was ist der Problem ja das ist ja auch gut ist mit unterstunden lieben Nights und der ist schon Wortelter neuer in der Gegend nein ich will das nicht Prozent ein Alter weiter sich das war eine Waffe es ist eine neue Abwunten und Köln Klupp das war das Noob, Alter. Das ist so vermutlich. Ich glaub's ja nicht. Ich wechsel jetzt mal meine Klasse. Hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Wo ist der? Ist der auf K? Der hat sich gemütet. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Und geht der auf K, Heiko? Ja, warte, warte. Jetzt geht's mir wieder besser. Nein! Nicht das denn! Heiko, du bist schuld! Ich glaub weiter links. Weil du schuld dran bist, weil ich das jetzt so will. Ich bin nicht gut, aber warum? Du kannst weiter rangehen. Du kannst durchgucken. Du kannst auch links durchgucken. Der ist jetzt hinten im Eck hinter der Mülltonne. Wenn ich jetzt wüsste, welche Mülltonne er meint. Ist egal. Einfach ein bisschen klarer. Da komm ich jetzt mal von Helipod unten. Jetzt kommt er nicht mehr Helipod unten. Nein, jetzt kommt er von, ähm, Seite. Jetzt kommt er nicht mehr von Seite. Jetzt kommt er nicht mehr Helipod. Jetzt kommt er nicht mehr Helipod. Na genau das andere. Jetzt kommt er nicht mehr Helipod. Jetzt kommt nicht mehr das andere. Wo ist der Buster? hat nun ein Füchertschmerz und das war es für diese Folge das Leitler das Leitler und das Leitler lassen ab oder aber nicht vergessen dass die Schleiferschläge ja am besten oder kriege ich ja 30 Stück oder so das Leitze hat sich nicht mehr zuerst 13 13 dies liegt denn die nackten Riemen hat er hat er erzählt er hat sie leidt's nicht gescheitert okay das war es wie wir in München zu niemand sagt dass niemand sagt tschüss